Warum lachst du? Wieso fotografieren meinen leeren Becher? Das ist nicht fotografieren, das ist Filmen, damit die wissen, dass ich halt nur einen Joghurt gegessen habe und du immer noch an deinen Nudeln sitzt. Gleich kommt noch die... oder Melch. Boah, ich soll wieder nicht. Und wo ist die Kiwi hier? Aber jetzt kommt das Special, jetzt kommt das Beste, okay? Ich habe geschmierten Brot für Olli, für die Arbeit, ja? Darf ich es auseinandernehmen? Nee, ne? Also es sieht ja noch normal aus. Aber guckt man sich die Schichten an... Und da drunter, das rote... Ja, genau. Ein wenig Pesto. Aber es wird ja lecker. Mutti hat nämlich gut gekocht. Wer hätte hier noch Gewürz als drauf machen können, ne? Nee, ich hätte noch gewürz. Hier ist noch länger gewürzelt als, aber ich meine. Ich kratze noch mal gleich meinen Poop aus. Welches Handy ist schöner? Der Ordner ist echt schön. Kann braun heißen. Hast du diese gelbe Wohnung? Flurvoll. Bauer. Leben. Lebenfarben. Lebenfarben, ja. Und es ist alle Zeit der Welt nicht recht. Erzähl mal einen Witz. Fick dich.